Klemm und Tupfer, Skalpell, Mikrofon, gut, ich bin soweit, ich eröffne den Podcast. Jetzt habe ich mir einen Frosch im Hals hier. Da sieht man mal, dass das Intro dann doch jedes Mal neu aufgenommen ist. Und man hat jetzt schon ganz aufgefragt, ob das nicht einfach einmal aufgenommen wurde. Jetzt merkt er, dass es jedes Mal das Original ist. Ich bin noch nicht ganz wach, Justin, muss ich zugeben. Ich habe noch ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das sieht, wahrscheinlich nicht, aber so ein bisschen dicke Augen. Kennst du das nach dem Aufstehen, dass die Augen noch so ein bisschen geschwollen sind? Ich wollte es gerade sagen, man sieht, dass du noch ein bisschen ermüdende Tränensäckchen oder was auch immer. Deine Augen sind dick aus. Ja, ich habe meinen ersten Kaffee. Ja, das ist gut. Wir sind noch ein bisschen müde, aber es ist passend zur Folge, denn heute beantworten wir eine ermüdende Frage. Die uns immer wieder zermürbt, aber immer wieder gefragt stellt. Und aber auch sehr ermüdend ist. Immer wieder gefragt stellt? Wie immer wieder gefragt, habe ich es gerade gesagt? Immer wieder gefragt wird. Die immer wieder gestellt wird. Oh, shit. Ja, ich bin noch nicht wach. Nein, aber die immer wieder gestellt wird. Die Frage, eine ZuhörerInnenfrage, die kann man jetzt aber niemandem wirklich zuordnen, weil die Frage halt so oft gestellt wird. Und wir haben nochmal ein YouTube-Video mal drüber gemacht und haben gesagt, haben wir für den Podcast eigentlich nie aufgenommen. Nee. Deswegen sollte man da vielleicht nochmal hier drüber sprechen, weil das ja mit Sicherheit auch einige hören, die uns auf YouTube das Video sich tatsächlich noch nicht angeguckt haben. Richtig. Schande auf euer Haupt. Genau. Nee, Asche auf euer Haupt, sagt man. Asche auf dein Haupt, nicht Schande auf. Asche auf dein Haupt und ja, Schande. Ja, Schande. Geben wir schon. Schande. Ja, es geht um die Frage, wisst ihr schon, welchen Facharzt ihr machen wollt? Ja, aber die Frage damit einfach jetzt, die Folge jetzt damit direkt beenden, weil es ja, warum ist die Frage denn so zermürbend oder ermüdend? Und warum könnte ich da jetzt auch nach drei Tassen Kaffee nach der Frage eigentlich direkt wieder umdrehen und ins Bett gehen? Ja, die Sache ist ja so, man muss vielleicht mal vorweg einmal sagen, an sich ist die Frage ja nichts Schlimmes. Es ist ja auch klar, wenn jemand etwas macht, ich meine, wenn jemand Psychologie studiert, dann frage ich auch, jo, weißt du schon, was damit machen wir jetzt? Zwar, manche gehen klar mit der Intention ran, ich möchte Psychologie machen, weil ich dann in den klinischen Bereich gehe, manche möchten irgendwie, keine Ahnung, in den wirtschaftlichen Bereich gehen oder so. Gut, kann man Wirtschaftspsychologie studieren, aber machen ja nicht alle so. Und von daher, glaube ich, ist die Frage an sich erstmal nicht unberechtigt. Die Frage, die uns oder die wir aber eigentlich eher finden, ist, oder das, was ich nervig finde, ist diese Nachfrage von, warum weißt du es denn noch nicht? Du hast doch jetzt zum Beispiel nach zehn Semestern alles gehabt, mit der Grundannahme, dass man eben auch wirklich einen Plan hat, wie es denn auch aussieht. Also das ist ja schon so ein bisschen der erste Punkt. Also es geht gar nicht immer unbedingt um die Frage so, ja, was wir zu machen, sondern warum weißt du es denn noch nicht? Du musst es doch jetzt mal wissen, Kind. Ja, ich meine, wir sind ja jetzt auch im fünften Studienjahr. Wir sind jetzt eigentlich, wenn die Folge hier rauskommt, vielleicht haben wir dann sogar schon unsere Klausuren geschrieben und haben nur noch das PJ vor uns, nur noch in Anführungszeichen. Das steckst du natürlich, klar, der Staatsexaminer. Aber vor allem halt eigentlich, muss man da in der Hinsicht sagen, sogar das PJ noch vor sich, wo man noch einen ganz anderen Eindruck bekommt. Bis jetzt haben wir so gesehen zwar ein paar Formulaturen gemacht, aber ja, durch die Blockpraktika bekommt man jetzt keinen Eindruck wirklich von den Fachrichtungen. Und das ist halt ein bisschen das, was du jetzt, glaube ich, auch gerade meintest. Ja, man hat vielleicht in der Theorie alle Fachrichtungen mal gehabt, man hat da vielleicht mal den Amboss-Artikel gelernt, aber den Übertrag von Amboss in die Realität, wie der Alltag auf Station ist, wie das Patientenklientel ist, wie die Atmosphäre auf einer Station ist, das ist so ein Riesenunterschied, dass es einfach, dass sich gar nicht übertragen lässt. Das heißt, klar, man hatte vielleicht vieles, aber das lässt sich nicht auf die Realität übertragen und lässt sich dementsprechend super schwierig entscheiden, ob man jetzt eine Fachrichtung machen möchte oder nicht, nur weil man den, weiß nicht, Amboss-Lernplan halt von dem Tag schon gemacht hat. Ja, man kann höchstens vielleicht, finde ich, was immer einfacher ist, zu sagen, nee, das nicht, das interessiert mich nicht, weil wenn einen schon mal irgendwas von Anfang an gar nicht interessiert, die Sache ist halt einfach, dass da zu viele Faktoren drin sind. Da spielt natürlich auch rein, wie ist das Team, mit dem man arbeitet und so weiter. Also, ich habe schon PJ-Rankings gesehen, da hat jemand gesagt, ich hatte Angst vor der Chirurgie und danach war er in einem Team und meinte dann, yo, ich glaube, jetzt werde ich vielleicht doch Wisserei-Chirurg, das kann passieren. Aber viel wichtiger als von dem, was du meinst mit dem Übertrag, ist halt ja auch generell die Entwicklung, die man macht zu einem Fach. Gerade, wenn man anfängt, Medizin zu studieren, ist alles extrem aufregend, alles ist neu, alles ist ja irgendwie spannend und ich will mich auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass man nicht wissen kann, bevor man studiert, was man machen wird. Nein, es gibt ja genug Leute auch bei uns, die jetzt schon eigentlich wissen, welche Fachrichtung sie machen wollen. Ist ja auch völlig in Ordnung und deswegen ist es ja auch völlig in Ordnung, dass uns die Frage gestellt wird. Ist ja jetzt auch nicht komplett aus dem Himmel gegriffen. So ist ja natürlich klar, dass man dann nachfragt. Ja, aber man kann sie halt, also manche können sie halt vielleicht schon beantworten, aber wir können sie einfach noch nicht beantworten und das wird auch einfach noch ein bisschen dauern und ich glaube, dass auch bei mehr als 60, 70 Prozent die Frage auch schwer zu beantworten ist, für die es schwer zu beantworten ist. Ja, da ändert sich auch immer noch so viel. Ich habe letzten Zeit kurz in den Ruhepuls-Podcast gehört und da hat Fleur Bardot auch erzählt, zum Beispiel, die wollte tatsächlich, was ich nicht wusste, Pädiaterin werden. Wusstest du das? Nee. Die habe ich in meiner Herz-Torax-Chirurgie irgendwie angesiedelt. Die werde doch, meine ich, immer unbedingt Chirurgin sein. Okay. Also von dem, was ich weiß. Und die hat erzählt, dass sie unbedingt Pädiaterin werden wollte und dann hat die, ich weiß es nicht, ob es vor ihrem Studium schon in der Ausbildung war oder ob es eine Hospitation war oder irgendwo, hat sie auf einer pädiatrischen Station gearbeitet. meinte, was, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Es könnte sogar sein, dass es irgendwie was Chirurgisches war mit vielen schlimmen Schickseln von Kindern und Eltern. Sie meinte danach, kann ich nicht, ich kann es nicht machen. Okay, krass. Obwohl das wohl ihr größer Wunsch ist, das schaffe ich nicht. Ja. Im Sinne von, nicht, dass sie schwach ist, sondern eher im Sinne von, das weiß ich nicht, ob ich das aushalte. Ja, und das ist halt wieder so ein bisschen so dieses Ding, das ist in der Realität oder halt, ich sag mal, der Krankenhausalltag dann halt vielleicht auch wieder ganz anders aussieht als die Vorstellung, die man halt ursprünglich einfach mal von was hatte. Jetzt hatte ich aber gerade noch ein paar Punkte, du hattest das vorhin so ein bisschen angesprochen, dass man eine Entwicklung durchmacht. Ja, ich weiß. Die Entwicklung macht man ja auch insofern, wir hatten jetzt im dritten Studienjahr, hatten wir innere Medizin beispielsweise. Ich bin mir jetzt beispielsweise recht sicher, dass ich keine innere machen möchte, aber ich meine, ich habe ja auch eine ganz andere Entwicklung gemacht. Ich habe damals wirklich wenig Verständnis, es war super schwierig, fand ich damals den Sprung von der Vorklinik in die Klinik zu machen. Und da hatte man natürlich 0,0 irgendein Schema und ja, mir ist es halt einfach super schwer gefallen, dieses Fach zu lernen. Jetzt bin ich aber zwei oder halt bald fast drei Jahre weiter, habe viel mehr natürlich schon klinisch gesehen und viel mehr Dinge sind für mich einfach irgendwie selbstverständlich, weil man die über die Jahre einfach so gelernt hat. Man kann gar nicht sagen, wo und wie, aber man hat sie einfach irgendwie gelernt, die man gar nicht mehr so wirklich hinterfragt und die einem damals vor eine Herausforderung gestellt hat, das überhaupt zu checken. Und jetzt im PJ kann ich ja nochmal ganz anders beispielsweise an die Fachrichtung rangehen. Wie gesagt, ich glaube jetzt nicht, dass ich Internist werde, aber ich kann ja nochmal an die ganzen Krankheitsbilder und sowas, ich kann ja nochmal, wie gesagt, nochmal ganz anders rangehen. Und man hat nochmal ein Staatsexamen vor sich, wo man das ganze Wissen eigentlich alles nochmal wiederholt und dann vielleicht nochmal in eine ganz andere Situation kommt, wenn man dann ins PJ rein startet und dann nochmal die innere Medizin oder von mir aus auch die Chirurgie oder halt sein Wahrteilzahl dann halt sieht. Ja, und wenn du noch weiter zurück gehst, dann fängt das ja schon in der Vorklinik an. Hatten wir ja auch schon mal erklärt, ich mache die Kaskade hier vielleicht gerne nochmal durch. Du kommst in die Anatomie, du lernst das Herz und denkst, also ist jetzt ein Beispiel, denkst, jo, geil, Koronargefäße lernen, macht Bock. So ein bisschen Herzkammer, Herzfehler und sowas. So ein Herz mal in der Hand zu halten. Ja, so ein Herz in der Hand zu haben. Und du denkst, jo, ich werde entweder Kardiologe, Kardiologin oder Herz-Toratschirurg. Das ist so ein Sinn. Das ist es. Das ist so das, was man sich so denkt, mir gefällt das Organ einfach unfassbar gut. So, dann kommst du plötzlich in die Physiologie und merkst, ja gut, Herz hat auch viel mit Physik zu tun, so Elektrophysiologie und hat auch über Druckverhältnisse, über Fluss und all sowas, weißt du, Blutdruck und all sowas auch relativ viel damit zu tun. Lunge vielleicht sogar noch krasser Richtung Mechanik und so, wenn man das mal so will, ne, Druckverhältnisse. Weiß nicht, ob man das je wieder so genau braucht, aber teilweise ist es, fand ich, Lunge relativ schwer zu verstehen. Jo, fand ich auch. Ne, so, und denkst dir plötzlich, hm, jo, fand ich jetzt irgendwie dann doch nicht so geil. Am besten kommt dann vielleicht noch Biochemie dazu, dann hast du noch plötzlich deine Sauerstoff-Bindungskurven, gut, die sollte man wahrscheinlich irgendwann, wenn es so weit dann ist, auch nochmal wieder so ein bisschen gecheckt haben, aber du verstehst schon, was ich meine. So, und denkst dir dann plötzlich doch, ne, das ist es nicht. Oder, oder denkst dir dann halt irgendwie, ja, voll, trotzdem immer noch geil, so. Und dann kommst du in die Klinik und hast Kardiologie und merkst dann zum Beispiel, ja, keine Ahnung, Herzinfarkt, ultra geil, macht mega Bock, Troponin, dies, das, so, ne. Und kommst dann aber auf Station und merkst, ja, gut, hier liegen ja nur Leute nach dem Herzinfarkt, die ich gar nicht gesehen habe, weil die in der Notaufnahme waren. Und, äh, bis ich mal unten dann in der Angio stehe, um da selber mal zu kathetern, hm. Und, äh, was ich eigentlich sehe, sind Leute, die ich mit Medikamenten für eine Herzinsuffizienz einstelle. Und die vielleicht nach anderer Hand, ich meine, klar, ne, rauskommen, aufhören, ist schwer, so meine ich es jetzt nicht. Aber die vielleicht, oder ein Patientenklientel, was möglicherweise, ich kenne es jetzt auch nicht so gut, vielleicht nicht so will, wie du willst, so, ne. Das ist ja auch irgendwo die Herausforderung des Jobs im Allgemeinen, dass man gut kommunizieren sollte. Aber, ähm, auch die Realität dann in der Klinik sieht nochmal wiederum anders aus, als das, was du in, in, in der Vorklinik oder in der Klinik im Studium gelernt hast. Absolut, total. Und die Situation ist auch nochmal nochmal eine ganz andere, ob du im PJ bist und keine Verantwortung hast oder ob du Assistenzarzt, Assistenzärztin bist und jetzt anfängst, die Verantwortung zu tragen und dafür zuständig bist. Ich glaube, dass dadurch auch nochmal ein größerer Spaßfaktor kommen kann, oder das heißt Spaßfaktor. Du bist auf jeden Fall natürlich viel mehr involviert, wenn du die Verantwortung halt trägst für das Handeln, was du halt, ja, halt tun musst. In der Formulatur, ja, leider sitzt man da halt mal vielleicht doch mal hier und da ein bisschen rum, man kann sich nicht so oder darf sich nicht so richtig, na gut, du darfst natürlich keine Medikamente verschreiben und so, das darfst du natürlich nicht machen, darfst ja nichts an- und nichts absetzen, ist ja klar. Und das Einzige, was halt dann vielleicht in deiner Aufgabe ist, ist in der Angehung mitzustehen oder, ich sag mal, Patienten mal körperlich zu untersuchen. Ja. Von daher ist da ja auch nochmal ein Riesenunterschied. Ja. PJ ist dann halt nochmal wieder was anderes, da darf man dann halt wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr machen. Genau, kommt halt natürlich drauf an, gibt auch da wieder Momente, wo es ein Flop werden kann, ne? Ja. Ich glaube, was man halt auch dazu sagen muss, das haben wir zum Beispiel im Video nicht erwähnt, ich glaube, was trotzdem gut ist, wenn man eine gewisse Begeisterung für Dinge behält, weil ich habe das Gefühl, dass man selbst und wir manchmal der Gefahr laufen, alles so nüchtern und realistisch betrachten, dass man sich manchmal auch von Gedanken nicht treiben lässt, die einen dann irgendwie auch ermutigen, dann auch was auszuprobieren. Weil man dann doch irgendwie relativ schnell wieder denkt, hm, aber was ist, wenn das in der Realität eigentlich doch nicht so ist? Weißt du, was ich meine? Ja. Manchmal ist so ein, ich will nicht sagen Naivität, aber so ein bisschen mehr Offenheit, ähm, dann auch vielleicht sogar ein Ticken besser. Ja. Ja, glaubst du, wir sind schwierig begeisterungsfähig? Ja, schwierig, das ist eine sehr gute Frage, jein, jein. Ich habe es mir jetzt gerade gefragt, wo du das so erzählt hast, dachte ich so, hm, okay, sind wir beides Menschen, die sich einfach schwierig, oder ich sage mal so, wo die Begeisterung kurz da ist, die aber sehr schnell dann wieder abeppt und dann vielleicht sich nicht nochmal das Feuer nochmal so entfachen lässt, so, oder, ja, weil, ja, ich weiß es nicht. Ja, ich bin mir jetzt gerade spontan gekommen, das finde ich auch wirklich eine schwierige Frage, aber jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, müsste ich wahrscheinlich schon sagen, ja, so begeisterungsfähig für, ja, nicht in jeder, ich meine, es gibt natürlich auch Situationen, wo ich extrem begeistert dann von was bin, weil jetzt, wir bleiben mal ganz simpel, halt beim Football beispielsweise, da bin ich, je mehr, ich denke natürlich jetzt an die Medizin. Ja, na klar, na klar, aber ich habe jetzt eigentlich versucht, allgemein zu denken, so, ob ich das generell in meinem ganzen Leben so ist dann, oder ob das halt jetzt dann nur auf die Medizin bezogen ist, dass diese Begeisterungsfähigkeit oder dass das so ein bisschen abeppt, aber im Sportbereich ist es halt nicht so sehr, aber auf die, ich sage mal mal, auf die Medizin übertragen, hat sich das schon, ist das schon abgeeppt. Ich glaube, ich habe gerade überlegt, wie würden denn das andere bei mir für mich beantworten, weißt du, Leute aus meinem Umfeld, würden die behaupten, dass ich ein begeisterungsfähiger Mensch bin und ich glaube, es kommt halt total drauf an, so ein bisschen wie bei dir, also ich meine, du bist begeisterungsfähig für Football auf jeden Fall, bei der Medizin, wenn ich re-talk bin, würde ich sagen, eher weniger momentan. Ja, ist auch so, ist auch so. Und bei mir ist, glaube ich, eher dieses, ich kann mich vor allem für Dinge begeistern, wenn ich das Gefühl habe, dass sie einen Nutzen haben. Also, weißt du, wie ich meine? Ja. Im Sinne von, in der Notaufnahme, Z&A, ich habe nicht so viele übertriebene Sachen gesehen, gemacht, aber ich habe viel, also nichts Übertriebenes, wo man sagt, boah, überheftig, aber ich habe vieles gemacht, wo ich weiß, das brauche ich und dann begeistert mich das, wenn ich das Gefühl habe, ich komme weiter, so. Ja. Das ist aber eine andere Begeisterung, als jetzt zum Beispiel im OP zu stehen, Da Vinci zu sehen, wo ich sage, krank, aber dann gehe ich raus und dann sage ich, es war nice, mal gesehen zu haben, aber ich gehe jetzt nicht in ein YouTube-Video und erzähle der Welt, oh mein Gott. So, weißt du, was ich meine? Also, das ist jetzt gar nicht, ja, also, ja. Ja, ja, ich verstehe schon, was ich meine. Also, für die Medizin würde ich auch sagen, bist du schon auch sehr, doch auch begeisterungsfähig. Ja. Ja, also, du bist, ja, ich sage mal, was heißt begeisterungsfähig, die, jetzt nicht so diese, nicht so diese Ebene von, boah, ich liebe alles und hier ist alles so glamourös und alles ist so toll und alles ist heiti-teiti, das, das meine ich jetzt nicht, da bist du jetzt nicht auf der Ebene, aber so eine, ich sage mal, so eine grundsolide, ja, mich fasziniert der Bereich schon, doch, das, das würde ich sagen, hast du auf jeden Fall schon und auch durch dein Studium hinweg und das ist so ein, ich sage mal, so ein solides Level zwischen Faszination und Realität. Würde ich jetzt so in der Medizin so sagen. Ja, vielleicht, ne, also, ich meine, guck dir an, ich meine, ich gucke mir auch irgendwelche Weltraumdokos an, das holt mich auch komplett ab, aber die Sache ist halt, um auf das Thema zurückzukommen, die Frage ist trotzdem gut deswegen, weil ich glaube, dass es gar nicht so schlecht ist, wenn man da auch eine gewisse Balance hat, weil ich glaube, dass gerade am Anfang überwiegt eher dieses Faszinationsding für alles und dann läuft man eben der Gefahr, sich für alles zu begeistern und am Ende zu denken, hm, irgendwie ist es aber gar nicht so geil. Glaubst du, dass es vielleicht Menschen leichter fällt, die sehr begeisterungsfähig sind, die eigentlich vielleicht sogar, ich sage mal, die Realität immer, wo das Ganze so ein bisschen in eine andere Richtung verschoben ist, sondern, ich sage mal, eher ja dazu neigen, die Realität ein bisschen auszublenden, ein bisschen Dinge zu ignorieren, weil sie sagen, wow, ich bin jetzt so krass begeistert davon, aber ich, ich sage mal, ich ignoriere jetzt einfach die, was was weiß ich, die Nachteile halt, die ich in dem Bereich dann auch einfach habe. Ich glaube, für Studien muss es besser, ja. Für Studien definitiv, weil es seine Motivation erhöht, immer vor Blick in Form vom Auge zu sagen, warum mache ich das hier alles? Später musst du ja trotzdem irgendwann aber arbeiten und wirst dann merken, möglicherweise erst dann merken, dass es Dinge gibt, die nicht so geil laufen, wie man sich das vielleicht vorstellt, ne? Ist halt dann die Gefahr, ne, dass dann halt, ich sage mal, ein bisschen so ein kleiner Absturz dann halt quasi kommt, wenn man mit der Realität konfrontiert wird und dann theoretisch in ein Loch fallen könnte. Aber fürs Studium, hast du da schon recht, wird das schon besser sein. Deswegen muss man einfach sagen, ich glaube, das kann man einfach, also man kann das Ganze ja auch umdrehen, nur weil ich beispielsweise das Herz oder die Lunge in Physio oder in Biochemie, um nochmal zurückzukommen, blöd finde. Heißt das nicht, dass du kein Kardiologe oder keine Kardiologin werden kannst, denn auch da wirst du, wirst du wieder merken, da ändert sich so viel noch wieder, wenn du dann auf dem, wenn du im Klinikealltag bist, dann brauchst du auch nicht alles und das, was du brauchst, das lernst du dann wirklich nicht mit Zeitdruck nehmen, fünf Anatomie-Testaten und einem Dozenten, der sagt, das müssen wir aber können, wenn ich sie um drei Uhr nachts wecke. Ja. Weißt du? Ja, wie oft haben wir das dann in der Vorklinik gehört? Ja, halt ständig. Das ist aber gefühlt auch bei jeder Sache. Und wenn es die Strukturfromme von der Azotylkorabe, da muss ich sie wecken können und sie müssen sich dreimal umdrehen und dann... Müssen sie es zeichnen können. Ja, zeichnen. Mit der linken Hand rückwärts. Ja, genau. Während sie einen Sack auf dem Kopf haben. Ja. Nee, aber ihr versteht, was ich meine, ne? Also auch da braucht man, muss man halt gucken, dass man auch, da rudert man auch hin und her. Ich bin ja auch schon 25 Mal hin und her gerudert. Ja klar, ich meine, das ist aber für diejenigen, die jetzt gerade noch in der Vorklinik sind, halt auch eigentlich vielleicht ganz gut zu wissen, ne? Nur weil euch jetzt gerade irgendwie die Anatomie keinen Spaß macht oder weil euch gerade die Physik keinen Spaß macht, heißt das nicht, dass ihr nicht trotzdem in irgendeinem bestimmten Bereich halt arbeiten könnt, weil sich das so krass nochmal voneinander unterscheidet, die Vorklinik und die Klinik. Ja. Von daher kann man das natürlich halt auch ins Positive rücken. Irgendwo, muss ich sagen, wäre es ja auch, du hast ja gerade gesagt, du bist ja selber schon so tausendmal hin und her geschlittert. So mal warst du, sagst du, komm, Anästhesie könnte ich mir vorstellen, dann Innere und dann, ne? Vielleicht ist es auch dies oder das oder jenes. Irgendwo ist es doch auch schon ein Stück weit schade, wenn man ins Studium kommt oder von mir ist in der Vorklinik, also schade, irgendwo schön, aber auch irgendwo schade, wenn man sagt, ich möchte unbedingt Kardiologe werden, wenn wir bei dem Beispiel mal bleiben. Weil, dass man sich eigentlich alle anderen Fachrichtungen, das ist mal ein Stück weit erstmal verwehrt und sich nicht so richtig offen ist. Ja. Ist schade, weil es könnte natürlich passieren, dass du dann hinterher sagst, oh, Kardiologe ist doch nicht so richtig und dann wird es auf einmal ein bisschen dünner. Ist natürlich aber auch schön, wenn es dann definitiv das ist und das ist dann auch wirklich so, dann ist es natürlich cool. Aber so ist man ja, geht man ja an jede Fachrichtung ganz anders ran. Weil man mit jeder Fachrichtung sagt, okay, ist das potenziell was? Klar, man hat vorher immer so ein bisschen ein Bild, was man vorher sich eh schon aufgebaut hat, hat so ein bisschen eine Überlegung, ist jetzt Psychiatrie, gehe ich jetzt da rein, ist das was oder ist das nix? Gehen, glaube ich, die meisten eher mit der Haltung rein, schlabber ich mal nebenbei weg, Psychiatrie interessiert mich jetzt eh nicht. Ja. Da bin ich ja schon eigentlich sehr offen an fast jede Fachrichtung gegangen. Ich sag mal so, derma war ich wahrscheinlich nie so richtig offen. Auge war ich offen. Auge war ich auch nicht offen. Doch, nee, das stimmt nicht. Wir haben Auge Wahlfach gemacht. Vor allem natürlich, weil wir ein klinisches Wahlfach machen wollten. Aber wir haben Auge Wahlfach gemacht und waren nicht am ersten Tag, also voreingenommen und haben gesagt, weißt du was ich meine? Das war jetzt nicht, ich persönlich bin jetzt nicht hingegangen und hab gesagt, weil ich konnte mir auch nicht so ein Auge vorstellen, um ehrlich zu sein, hab gesagt, nee, Auge mach ich nicht. Das stimmt. Danach. Man hat's relativ schnell, dann wär das. Ja, aber guck mal, das ist ja auch total die Erfahrung. Das ist ja das Schöne eigentlich. Man erfährt dann, okay, nee, ist es wahrscheinlich nicht. Obwohl, und das war eigentlich die beste Erfahrung, die man machen konnte, es war ein perfekter Kurs, ein perfektes Wahlfach, oder sagen wir mal nahezu, perfektes Wahlfach. Und wenn du dann merkst, das ist es nicht, dann weißt du, das ist es nicht. Das stimmt. Weißt du? Ja, das stimmt. Das ist doch eigentlich perfekt. Ja, das stimmt. Das ist ja auch eine gute Dinge. Also, ich sag mal so, Ausschlussdiagnostik, das ist es eh, worauf es wahrscheinlich am Ende des Tages hinausläuft. Ja, das stimmt. Wir können da mal so ein bisschen reinsliden, warum, oder welche Fachrichtung wir denn jetzt, also gibt's denn jetzt was, was wir überlegen, oder gibt's was, was wir nicht überlegen, oder was ist überhaupt der Plan, weil ich denke mal, bei den meisten, was man auch jetzt von Assistenzärzten und Assistenzärztinnen mitbekommt, wenn man die mal fragt, die antworten da irgendwie ziemlich gleich drauf, wenn man die fragt, warum machst du die Fachrichtung, die du halt machst? Ich hab zwei Punkte noch vorher, dann würde ich sagen, machen wir kurz ein Päuschen und dann gehen wir auf das Ding uns ein. Das wäre so mein Plan für den Dienst heute. Super. Erst nochmal kurz zu dem, was du meintest, mit wer man zu früh weiß, ne, ist natürlich immer ein Vor- und Nachteil, Vorteil ist natürlich ganz klar, du weißt, wofür du es machst, du ziehst es durch, finde ich mehr, du kannst vielleicht auch mehr, mal sagen, eben so andere Fächer, die eigentlich interessieren, na, also kann man auch so rumsehen, weißt du so? Ja, also es gibt eine Motivation, durchzuziehen, stellst mir aber auch ganz schwierig vor, wenn du sagst von mir aus, du möchtest Orthopäde werden, die ganze Innere dann hinzunehmen und zu sagen, ich ziehe das jetzt richtig rein. Das stimmt, aber ich, also ich, ich will dich jetzt nicht angreifen, aber ich sag mal, du weißt ja auch noch nicht klar und dir fällt es ja auch schwer, einige Fächer trotzdem hinzunehmen, weißt du, ich bin mir nicht sicher, ob das so einen riesen Unterschied macht, ob du dann nicht sogar wieder andersrum den Gedanken hast und sagst, ich will Orthopäde sein, ich weiß, was mein Ziel ist, deswegen mache ich das halt jetzt einfach, weißt du? Also man kann es sich drehen, glaube ich, wie ich will, das ist die erste Sache und die zweite Sache, die ich nur sagen wollte, ist vielleicht ein Punkt, den man, finde ich, ich meine, wir finden das halt ja nicht neu, ihr ja auch nicht, die Folge ist ja jetzt keine Folge, wo man großartig sagt, Mann Jungs, da habt ihr euch ja wieder ein Thema ausgedacht, also das gab es ja noch nie, aber ihr wollt es ja hören, aber was ich nur noch sagen wollte, was die wenigsten Leute sagen und ich glaube, da habe ich oder wir eine relativ unike Meinung, dass man auch vielleicht ein bisschen danach gucken muss, das haben wir auch im Video gesagt, was man auf der Kette hat und was nicht, also was kann ich überhaupt? Achso, ja, ja. Weißt du, das haben wir jetzt noch gar nicht und das spricht nie jemand an, alle sagen immer, die stehen alle Türen offen, ja, das stimmt und auch Operatörer und Operatörinnen sagen, man lernt operieren, wenn man das will. Ich werde den Leuten glauben, denn ich bin das nicht und wenn die das sagen, dann wird das schon stimmen, aber manchmal denke ich mir so, du warst jetzt auch im orthopädischen Saal, das ist Ikea Next Level im doppelt schwer, also so sieht es zumindest aus, aber es ist wirklich, du siehst ja das, womit die arbeiten, das sind genau die normalen Handwerkssachen. Ja, absolut. Das ist Schrauber, Bohrer und was weiß ich nicht alles. Hammer, Meißel, das volle Programm auf jeden Fall. Ja. Und wenn du merkst, beispielsweise, ja, ich finde Auto zwar nice, klar, du kannst trotzdem Auto machen, ich will niemandem sagen, dann kann man es nicht mehr machen, aber ich hasse es, Möbel aufzubauen oder jetzt nicht aus dem Grund, weil ich das alles drumherum nicht mag, sondern weil ich einfach komplett lost bin. Und mir bricht die Schraube beim Schrauben rausdrehen kaputt, keine Ahnung, irgendwas. Ja. Das ist, was ich meine, ich finde, da muss man vielleicht auch mal ein bisschen selbst reflektieren. Ja, ist ein guter Punkt, ist ein guter Punkt, auf jeden Fall. Oft geht es ja aber, ich sage mal, Hand in Hand von dem, was man kann und was anderen interessiert. Klar, natürlich. Das geht ja oft in eine Richtung, weil, ich sage mal, wenn ich jetzt unbedingt sagen würde, ich will Innere machen und ich kann es nicht so, also, ich sage mal, dann würde ich wahrscheinlich auch die Ambition haben, mehr dafür zu tun und mich da mehr reinzufuchsen und dann würde ich es wahrscheinlich auch ein bisschen besser können. Natürlich ist so ein bisschen die Frage, wenn ich jetzt, ich sage mal, koordinativ so gar nicht geschult bin oder ich habe schon Probleme, einen Kofferraum einzuräumen und, ja, weiß ich nicht, ich kriege den Kofferraum nicht zu, dabei könnte man einfach zwei, drei Sachen umstellen und der Kofferraum geht zu. Dann habe ich vielleicht auch nicht den besten Orientierungssinn und ist vielleicht dann auch ein bisschen schwierig, dann zu operieren. Da muss man sich auch ganz gut orientieren können. Ja. Das ist klar. Ich nenne den Beispiel. Ich werde nicht sagen, von welcher Person ich dieses Beispiel kenne, damit das komplett anonym wird. Es ist von einer Person, die es im OP miterlebt hat. Mhm. Und es war auch nicht in Deutschland, also es ist safe. Und zwar, ein Assistenzarzt, der anfangen wollte in der Chirurgie, ganz neu, hatte Fachrichtungen gewechselt, der war aber, der hat so schlecht gucken können, dass der beim Fäden schneiden, also wenn der Operateur oder die Operatörin näht, dann schneidest du meistens als Assistenz halt den Faden am Ende ab, daneben geschnitten hat. Mhm. Also wenn gespannt wurde, hat er nicht den Faden, der hat daneben geschnitten. Jo. Da musst du einfach sagen, nein, das geht nicht. Ja, okay, das stimmt. So, na klar. Der hat dann auch irgendwann wieder aufgehört. Ja. Ja, gut, klar, das, das. Aber ich meine nur, wie kommt man, also ich meine, der sieht ja nicht erst seit kurzer Zeit so schlecht. Kann ja ein total netter Mensch sein, das meine ich nicht, aber du musst doch vorher merken oder muss doch irgendjemand sagen, ey, Bro, wenn du deine Socke nicht anziehen kannst, dann kannst du doch auch nicht, weißt du, vielleicht bin ich da zu radikal, könnt ihr mich gerne kritisieren, aber ich finde, wir reden ja immer noch von einem Handwerk, das da mit Menschen umgeht, ne, und ich weiß nicht, ob ihr, ich finde, man muss sich das immer so überlegen, ja, Freiheit jedem hin oder her, würdest du aber dein Kind da hinlegen und von dieser Person dann operieren lassen, guten Gewissens? Ich glaube eher, also ich denke jetzt mal eher nicht und dann sieht man, glaub, oder würdest du dich selbst einlegen und dann denke ich immer, sieht man relativ schnell, dass man manchmal auch so ein bisschen, ja, gucken muss. Wollte ich jetzt nur noch mal gesagt. Ja, absolut, absolut. Es geht dann halt dann doch um Menschen und nicht nur um seine eigene, also natürlich geht es darum, dass wir uns selbst alles ausleben und unser, ich sag mal, unser Leben so bestimmen, wie wir das alle gerne wollen, das ist natürlich klar. Ja, aber es geht in dem Bereich natürlich immer noch um Menschen, das ist ganz klar. Ein Punkt, den ich auch noch, den vergesse ich sonst gleich wieder, was glaube ich auch einen riesen Unterschied macht, ist, du hast Arbeitsatmosphäre und sowas, das haben wir alles schon angesprochen, das ist klar, wie ist das Team, will ich auch gar nicht zu viel weiter ausführen, weil das ist für mich ein Punkt, der ist mittlerweile halt eigentlich so klar, dass das einen riesen Unterschied macht, aber ich glaube, es ist auch noch ein riesen Unterschied, ich meine, das geht in die gleiche Richtung, ob du in einem Uniklinikum von mir aus arbeitest oder in einem peripheren kleinen Krankenhaus, ob das ganze Team familiärer ist, ist total die Frage, was einem viel mehr liegt. Ich glaube, die gleiche Fachrichtung kann einem in der Uniklinik gar nicht gefallen, aber dann in einem kleinen Krankenhaus kann einem das dann richtig gut gefallen. Vielleicht geht es einfach da nicht so richtig in die Tiefe, du hast ein familiäres, also vielleicht mag man das einfach, wenn man sagt, ich muss jetzt nicht unbedingt, wenn ich jetzt Viszeralchirurg werden möchte, mir reicht es, meine Gallen daraus zu operieren, ich muss jetzt nicht eine, ich weiß es nicht. eine Lebertransplantation selbstständig durchführen, so muss ich nicht machen. So, wenn ich es mal gesehen habe, okay, cool, aber habe ich gar keinen Bock drauf, sowas zu operieren. Ich brauche keine drei Wippel-OPs in der Woche. So, dann ist es ja auch völlig was anderes. Das Team wechselt ja viel mehr durch in einem Uniklinikum. Du hast viel mehr Durchlauf, was Assistenzärzte, Assistenzärzte angeht und sowas. Assistenzärzte, Assistenzärzte. Ja, Assistenzärztinnen. So, haben wir es mal in einem Wort. Ja, du hast da einen viel größeren Durchlauf. Du hast vielleicht auch einen anderen, du hast natürlich auch einen wissenschaftlichen Auftrag dann irgendwo an der Uni. Du hast dann noch die Lehre und so. Also du kommst, da sind ja viele Dinge, die da zusammenkommen. Also von daher macht das mit Sicherheit auch noch einen riesen Unterschied. Und das macht es dann im PJ. Ich meine, das hattest du ja auch vorhin schon gesagt, macht dann das PJ-Ranking. Ja, beeinflusst das halt natürlich auch noch extrem. Also wo geht es hin, wo nicht. Und dann kann man halt sich vielleicht überlegen, wenn ich Chirurgie vielleicht machen möchte. Mir hat es aber in der Uni nicht so gut gefallen. Vielleicht gehe ich mal in ein kleines peripheres Krankenhaus. Guter Punkt. An der Stelle würde ich sagen, apropos OP. Erste Assistenz. Today. Welche haben wir denn mitgebracht? Suchen wir uns dann aus und wir die Choro. Nehmen wir die Choro-Drogerie. Nehmen wir die Choro-Drogerie heute. Du, die Choro-Drogerie, die geht immer. Die ist auch immer lecker. Ich habe noch nichts gefrühstückt heute. Aber ich bin mir sehr sicher, dass da die, ich würde jetzt die Bio-Kornflakes schon wieder ansprechen. Ich weiß, das haben wir letztens erst getan, aber die haben es mir auch sehr angetan, sage ich dir. Die sind immer sehr gut im Müsli. Morgens, da gibt es keinen Quark morgens. Ja, da gibt es dann entweder ein Porridge oder so ein klassisches Müsli mit Milch. Und das ist gerade, wenn es ein bisschen wärmer wird und es wird richtig warm. Im Moment finde ich das irgendwie saugeil. Gibt ja auch den Schoko-Porridge, den wir von der Choro haben. Ja. Den man mit etwas Whey gerne strecken darf oder mit Geschmackspulver des Bedarfs. Ist halt vegan, schmeckt auch ein bisschen vegan. Muss man ja ganz ehrlich sagen an der Stelle. Na klar, also man muss auch ein bisschen diesen Sojageschmack und sowas, da muss man schon dann auch Bock drauf haben. Aber trotzdem der Porridge an sich ist ganz nice. Ist auf jeden Fall nice. Habe ich mir letztens auch mit zur Arbeit genommen. Finde ich auch sehr. Ein bisschen dieser Schokie-Geschmack. Da holt man mich immer mit ab. Ja, mich nicht. Ja, mich nicht. Ich bin voll mit Schokie. Genau. Und damit würde ich sagen, geht es aber direkt weiter. Mit der Folge. Klar. Ach so, ja, Küchmedizin 5 Prozent, groß geschrieben auf chorodruckregel.de. Das sollte man vielleicht noch. Das sollte man an der Stelle vielleicht noch ganz kurz erwähnen. Hattest du jetzt noch einen Punkt, weil sonst können wir ja so ein bisschen reinschleiden, so was jetzt so eine, vielleicht so eine Idee ist, wo es denn hingehen könnte, beziehungsweise welchen Punkt ich eigentlich aufmachen möchte, ist, jeden Assistenzärzt, jede Assistenzärzte, die man fragt, fast jede oder jeden. Und da bekommt man die Antwort, du, ich weiß selber noch nicht richtig, was ich machen will. Ich habe jetzt hier einfach mal angefangen. Innere geht immer. Kann ich mir eine andere Fachrichtung, kann ich mir das anrechnen lassen? So eine Facharztausbildung ist ja auch nicht so aufgebaut, dass man sich irgendwo bewirbt. Und dann macht man da die Ausbildung für fünf Jahre genau an Ort und Stelle und bewegt sich nicht vom Fleck und bleibt nur auf der Station oder rotiert da ein bisschen in der Klinik rum. Das ist ja viel, also man muss ja teilweise ja auch für ein Jahr oder weiß ich nicht, wie viele Monate in anderen Bereichen auch arbeiten. Das heißt, ich kann mir ein Jahr innere Medizin auch für die Anästhesie, glaube ich, anrechnen lassen. Bestimmt auch für Allgemeinmedizin mit Sicherheit auch, je nachdem, was du machen willst. Also da gibt es, ich weiß gar nicht, sogar, wissere Chirurgie weiß ich jetzt nicht. Das weiß ich jetzt auch nicht, aber ich glaube, es gibt oft, ist die Voraussetzung in der Patientenversorgung quasi, stationäre Patientenversorgung zu arbeiten. Und dann ist der Fachbereich ja natürlich da ziemlich, ziemlich weit gefächert. So genau kenne ich mich damit jetzt auch nicht aus mit den Ordnungen, was man alles erfüllen muss für Kriterien. Aber man kann sich auf jeden Fall super viele Fachrichtungen, die man anfängt, auch einfach anrechnen lassen auf andere Fachärzte. Und es gibt auch viele, die dann nochmal gewechselt haben und dann gesagt haben, ey, ich fange jetzt einfach erst mal Anästhesie oder Innere einfach mal an. Ja, eben. Kann ich so unterschreiben. Ich glaube, das ist eigentlich auch immer das, was ich sage mittlerweile. Am Anfang hat mich die Frage, also, was heißt am Anfang hat die Frage mich genervt. Am Anfang war es so, ja, ich weiß es nicht, ich habe ja erst angefangen. Irgendwann war es so, ja, ich habe ja noch nicht alles gesehen. Mittlerweile verstehe ich die Frage schon eher, weil man sagt so, ey, komm, du gehst jetzt ins PJ, du kannst auch was wählen. Weißt du denn jetzt schon langsam, was du machen willst? Nee, weiß ich nicht, aber die Sache ist ja trotzdem, dass ich momentan auch mich nicht mehr stresse, sondern, also doch, ich stresse mich schon, aber nicht auf so einer unglaublich, also nicht auf so einer existenziellen Angst mäßig, weißt du? Nicht, dass ich sage, boah, und wenn ich nicht weiß, was ich mache, dann kann ich ja gar nicht, weißt du? Sondern es ist so, es stresst mich, weil ich es gerne wüsste, weil ich es mir einfach ein schöneres Gefühl geben würde, zu lernen, ein besseres Ziel zu haben und sowas. Aber am Ende wird es schon so sein, dass ich halt, sage ich, also ich schiebe so ein bisschen vor mich hin und sage, ich gucke mir mal das PJ an. Ich gucke mal, wie es im PJ läuft und dann wird sich ergeben, ich muss ja nicht unbedingt die Fachrichtung finden, aber ich werde ja vielleicht im PJ zum Beispiel auch merken, und auch wenn das, auch das ist natürlich nur, auch vier Monate in der Inneren zum Beispiel nur ein Einblick kann sein, dass die Innere woanders viel besser ist oder ich da besser klargekommen wäre. Aber vielleicht sage ich ja dann doch, Innere, sorry, ich kann zwar zehn Finger tippen, aber zehn Stunden am Tag muss ich das nicht machen. So kann ja durchaus sein. Ja klar, aber du sprichst ja was Wichtiges an mit dem PJ. Das ist ja einfach eine Erfahrung, das eine ja, was man ja mitnehmen muss, was einfach wichtig ist und das auch einfach eine große Grundlage ist, auf der man dann hinterher entscheiden kann oder muss. Wovon man, glaube ich, vielleicht auch so ein bisschen wegkommen muss, den Gedanken hatten wir, glaube ich, auch sehr lange, dass man irgendwann einen Fachbereich findet, wo man sagt, wow, ist das flashy hier, das toppt einfach alles. Von vorne ein bisschen. Genau, und ich weiß einfach, ich komme da rein und ich habe sofort dieses Gefühl, das ist das, was ich mein Leben lang machen möchte. Davon, das passiert halt einfach nicht so richtig. Oder ich kenne zumindest wenige, wenige Leute, die sagen, ich war da und habe gemerkt, das ist so nice, ich will nur noch das machen. Und das ist vielleicht eine Vorstellung, die hatte ich wahrscheinlich auch vor dem Studium. Mit der Hoffnung ist man auch irgendwo dann in die Klinik gekommen. Aber von der Vorstellung muss man sich ein Stück weit verabschieden. Das Problem ist halt, dass es einige Leute, es gibt natürlich einige Leute, bei denen ist das genauso. Und ich habe das Gefühl, das sind die, die auch am lautesten sind. Und das vermittelt halt dieses Bild oder hat mir dieses Bild vermittelt. Und ich glaube, damals war es möglicherweise wieder natürlich mit Vor- und Nachteilen gekoppelt, aber schon auch noch ein Ticken einfacher zu wissen, wenn du Chirurg geworden bist, dann bist du halt Chirurg geworden. Und heutzutage, klar ist das auch, aber das Krankenhaushältung verändert sich. Und damals zum Beispiel hast du in der Unfallchirurgie, da war ja Unfallorto noch getrennt, dass du in der Unfallchirurgie auch noch Wisterarchirurgie, also Allgemeinchirurgie und sowas noch machen müssen zum Teil. Da hast du noch richtig viel gelernt. Also jetzt auch heute noch viel, aber ich klinge ja schon so, ja damals ist alles besser. Aber was ich nur damit meine ist, du hattest halt nicht zumindest zwangsläufig die Entscheidungsnot zu sagen, ich mache Unfallorto oder Visceral oder was auch immer. Sondern du hast gesagt, ich mache mal Chirurgie, also schon ein bisschen länger her, aber ich mache mal Chirurgie und auf den Stationen bleibe ich dann hängen. Das ist ja bei meinem Vater so gewesen. Der war ja zum Beispiel in der Herzchirurgie, wusstest du, ne? Ja. Dass er Herzchirurgie gemacht hat. Dann hat der ja auch Visceral-Chirurgie gemacht, wollte dann eigentlich auch da bleiben. Aber dann sollte er eine Station, glaube ich, irgendwas machen und dann ist er da in der Auto hängen geblieben am Ende, so wie ich das richtig, also wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann ist er einfach Unfallorto geworden. Ja. War nicht der Plan. Ja. Was heutzutage halt immer noch, ne, wenn wir das den Punkt von vorher noch aufgreifen, man denkt das jetzt so, okay, ich muss mich jetzt wirklich entscheiden, aber so gesehen eigentlich musst du es ja auch, also natürlich. Nein, natürlich musst du es nicht. Du hast natürlich mehr Einblicke dann damals bekommen, ne? Das ist natürlich, das ist natürlich ein Vorteil, dass du sagst, okay, ich gehe eh mal in die Herzchirurgie. Ja, genau, das ist halt so ein bisschen eine Entscheidung, meine ich, so ein bisschen, wurde so ein bisschen abgenommen, weißt du? Ja, 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 klar. Heutzutage muss man sich aber vielleicht halt auch da nicht den Stress machen, wenn ich in der Visceral-Chirurgie anfange, kann ich theoretisch immer noch in der Unfallchirurgie enden, wenn ich da Bock drauf habe. Das stimmt, das stimmt. Oder, was man ja auch mitbekommen hat, oder du mal erzählt hattest, ich habe mit Unfallchirurgie angefangen oder Herz-Thorax-Chirurgie angefangen und jetzt bin ich Anästhesist, weil ich einfach gemerkt habe, das Operieren ist es nicht, aber die andere Seite vom OP-Feld, dann ist es schon eher. Ja, stimmt, das habe ich erzählt. Ich erinnere mich auch jetzt schon wieder, wo du sagst, an die Person, jo, war eine entspannte Person, sagen wir es mal so. Vielleicht war das dann auch der Grund, warum er gerne in die Anästhesie wechseln wollte, weil er gemerkt hat, ich bin eigentlich eher der entspannte Typ, der vielleicht gerne mal lieber eher sitzt, was ja völlig verständlich ist. Ja, also, was eigentlich ja immer die Message von solchen Folgen ist ja bei jedem und jeder, bei der ihr sowas hört, stresst euch nicht, ihr findet das irgendwann schon raus. Aber ich glaube, wir haben jetzt hier auch nochmal so ein paar andere, ja, ein paar andere Punkte auch beleuchtet und auch einfach mal gesagt, so nicht nur, dass es sich oft ändert, sondern auch, warum es sich oft ändert und dass es sich auch immer noch ändern kann. Also, das Problem ist, wo man, finde ich, vielleicht so ein bisschen aufpassen muss, nochmal jetzt einen anderen Punkt, dass man sich nicht so einschießt, wenn man etwas herausgeschmissen hat aus der Schale. Na, hatte ich ja letztens zu dir gesagt. Weil ich habe zum Beispiel das Gefühl, Chirurgie haben wir eigentlich beide so vom Gefühl jetzt erstmal ausgeschlossen. Ja. Nach guten Erfahrungen eigentlich bei mir. Ich habe ja eigentlich auch in der Gefäßchirurgie sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber irgendwie habe ich es ausgeschlossen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich selber eben, da sind wir wieder bei dem Punkt, mit dem man muss gucken, was man selbst kann, dass ich mir selber denke, yo. Ja gut, da sind wir aber auch bei einem Punkt, wo man sagen muss, was schreibt man sich selber für Fähigkeiten und was schreiben andere für Fähigkeiten. Genau, aber das ist ja der nächste Punkt, dass man halt vielleicht auch sagt, okay, traut man sich das überhaupt, glaubt man überhaupt, man kann das und so, weiß ich halt alles nicht. aber dass man da vielleicht auch sagen muss, ja, wenn du sagst, du wartest bis zum PJ, dann warte auch bis zum PJ und dann nimm aber auch zum Beispiel die Chirurgie genauso mit in den Pool des Möglichen auf wie den Rest. Ja. In der Theorie. Das finde ich aber sehr schwer. Es ist superschwer, weil du gehst ja dann doch irgendwie immer wieder mit der Erwartungshaltung ran, ist es vielleicht was oder ist es was nicht. Jedes Mal, wenn du irgendwo hängst. Und man bildet dann auch, wir hoffen, wenn wir das immer selber sagen, man kann keine Rückschlüsse draus ziehen, man zieht trotzdem unterbewusst irgendwelche Rückschlüsse aus, Blog, Praktikern oder die paar Erfahrungen, die man gemacht hat, die zieht man einfach daraus. Ja, das stimmt. Man muss ja auch sagen, unsere Erfahrung begrenzt sich ja jetzt auch ein Stück weit auf, natürlich Universitätskliniken. Ja. Wir haben noch nicht in so vielen peripheren Krankenhäusern gearbeitet oder Formulaturen gemacht oder sowas. Ich habe mir schon auch bewusst für Formulaturen eigentlich Häuser rausgesucht, die jetzt nicht total klein waren. Vielleicht hätte ich das mal tun sollen. Ich habe es ja gemacht, und das war auch gut. Ja, deswegen, vielleicht wäre das auch mal eine Erfahrung, die mir auch ganz gut getan hätte. Kann ja auch sein. Das war eigentlich alles relativ groß. Also wo es mir von der Stimmung her am besten gefallen hat, war halt beim Hausarzt, weil es halt da super klein und familiär war. Also vielleicht ist das eher eine Richtung, die ich einschlagen müsste. Da müsste ich mir vielleicht mal den Tipp mal selbst zu Herzen nehmen, den ich gerade genannt habe. Ja, das ist ja nicht selten so. Du musst dich vielleicht auch einfach mal behandeln, wie du deinen besten Freund behandeln würdest. So müsste ich mich vielleicht selbst behandeln, das ist richtig, und die Tipps annehmen, die ich auch meinem besten Freund geben würde. Oh Mann. Ich glaube, im Moment muss ich vor allem eher mal einen Schritt zurück machen und mich mal da neu setteln, was das Studium, was die Medizin angeht. Ich glaube, deswegen ist der Sommer für mich nicht so verkehrt, und da vielleicht noch was. Jetzt wird es deep, jetzt wird es, jetzt gehen wir, jetzt gehen wir in, ich will es gar nicht zu deep machen, aber ich glaube, jetzt gehen wir in ein Safehouse. Da dringen wir jetzt wirklich in ein Safehouse ein, aber entfachen das Feuer. Aber das will ich jetzt auch gar nicht groß aufmachen, das Thema. Aber ich glaube, ich bin gerade so, also was jetzt, ich glaube, das wissen wir, wir beide wissen das auf jeden Fall, dass ich schon längst an dem Punkt bin, dass ich sage, ich muss mal vielleicht mich kurz mal ein bisschen einen Schritt zurück machen, um dann vielleicht, ich sage mal, wieder mehr Motivation zu schöpfen, und dann wieder voll anzugreifen. Und die Situation sich dann halt vielleicht mal ein bisschen, nochmal ein bisschen so für mich ändert, aber deswegen bin ich da nach wie vor, würde es mir gut tun, diesen Schritt im Sommer da quasi zu gehen. Und das steckst ein halbes Jahr nach hinten zu schieben. Ja. So als kleines Fazit von mir, um die Frage zu beantworten, wir haben beide noch keine Ahnung, was wir machen wollen. Ja, das ist halt genau das, warum wir auch am Anfang meinten, so ähnlich ist die, in letzter Zeit, Rose, also sorry, dass ich gerade das Thema wächst, in letzter Zeit, rosten wir aber ganz schön immer mal wieder, hast du es letztens gesehen, in Kommentar unter YouTube eigentlich. Ja, dass wir mal so hier und da mal so klein sind. War das mit da oder so in der Hand spielen. Ja. Müssen wir da vorsichtiger sein? Nö. Wir eigentlich nicht, ich finde, das ist unsere Art. Ja, so okay. Ist ja alles nur freundlich gemeint. Die Sache ist halt am Ende, ich muss sagen, ich habe einen gewissen Neid auf Leute, die schon genau wissen, jetzt mittlerweile, weil, oder kommt gleich noch ein kurzes anderes Thema. Ja, einfach, weil, wie gesagt, ich glaube, es wird mir besser gehen, wenn ich dann nämlich genau wüsste, was ich wähle, wenn ich jetzt Beispiel, also, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Nephrologe werden wollen würde, das ist jetzt Welt, aber okay, sagen wir mal, ich werde ein Nephrologe, gehen würde im Wahlfach beispielsweise, es würde total viel Sinn ergehen, meiner Meinung nach. Ja. Und wenn ich sagen würde, ja okay, so viel anders fährt mir nicht ein, aber du verstehst schon, was ich meine. Dass man sein Wahlfach dann dementsprechend ein bisschen anpasst. Das ist einfach so neckel. Und es ist auch schön, ganz viel, also es ist auch schön, dass man die Freiheit hat, aber das ist ein Thema für eine andere Folge, aber ich glaube, so alles in einem jetzt auch durchs Stecks zu gehen und so mit dem Gedanken, was man will, wäre, glaube ich, ein bisschen einfacher für mich. Muss ich ganz ehrlich zugeben, ja. Ja, das ist, dass einem das Studium das erleichtern würde, das steht, glaube ich, irgendwo ein Stück weit außer Frage. Wenn man sagt, ich weiß, wofür ich den ganzen Bums ja eigentlich mache. Den Kroms. Ja, dann, aber welchen Punkt wolltest du noch ansprechen? Dass ich, äh, total erschrocken bin, also was heißt erschrocken, aber überrascht bin, nach unserer Erfahrung in unserer Bubble, ist es, äh, die Fachrichtung der Allgemeinmedizin slash Hausarzt sehr groß im Kurs, also sehr hoch im Kurs. Also weil man ja immer hört, ähm, das will ja keiner mehr machen, aber, also ich kenne mindestens zehn Leute mittlerweile, die bei uns sagen, ja, und nur mit denen, denen ich spreche und ich spreche durch die Pandemie, ich bin zu vielen. Ist, äh, groß, so wirklich, sehr im Kommen, die Fachrichtung gefühlt gerade, also keine Ahnung, was es da jetzt für einen Umstrung gegeben hat, ob es einfach dann die, vielleicht dann doch schlechten Umstände sind, im Krankenhaus, die man vielleicht mal so hier und da mitbekommen hat. Und dass man gesagt hat, ich habe auf den Kram keinen Bock, das war ja bei, teilweise war das ja die Begründung bei, bei manchen Leuten, das ja nämlich, ich habe da, das ziehe ich mir nicht rein. Ja. Ähm, es ist auch für mich eine Fachrichtung, wo ich ganz ehrlich sage, die ist jetzt nicht komplett ausgeschlossen. So, das ist eine Sache, die könnte ich mir durchaus, also die lasse ich mir mal durchaus durch den Kopf gehen. Das Problem ist, dass ich mir das jetzt nicht nochmal wirklich angucken kann. Ja. Also, ja, Wahlfach, doch kann man theoretisch sogar machen, Wahlfach im Innerhausarzt. Ja, aber es ist ein bisschen kompliziert, also hier jetzt ein bisschen komplizierter, es läuft nicht übers PJ-Portal, und da hatte ich keinen Bock drum, nicht zu kümmern. Da müsste ich mir mal Gedanken darüber machen, da weiß ich jetzt auch nicht, aber würde, glaube ich, theoretisch funktionieren. Da stelle ich mir die M3-Prüfung irgendwie schwierig vor. Naja, kann alles. Was hast du da geprüft? Da wirst du auch alles geprüft. Alles. Ich erinnere nochmal Neu und Giri mit dazu. Ja. Und Kinder mit dazu. Und vielleicht dann auch noch Gesprächsführung und Hausarzt und Psychosomatik. Also das glaube ich, könnte ich mir vorstellen, das ist gar nicht so einfach. Ja. Aber ist auch, ja, auch für mich natürlich eine, also muss ich sagen, eine Fachrichtung, die jetzt nicht, wir hatten es in unserem Formulatur-Ranking, was ja wahrscheinlich schon vorher gekommen ist, ist auch die Allgemeinmedizin auf Platz zwei. So, also von den Formulaturen, die ich gemacht habe. Ja, so und deswegen ist es schon eine, schon eine Fachrichtung, die ich mir durchaus im Hinterkopf behalte. Gepaart jetzt halt vielleicht so mit einer Sportmedizin. So, die kann man ja, das ist ja das, was mir jetzt ja jeder auch, mir jeder auch unterbreiten möchte, ist Orthopäde und dann Sportmedizin zu machen. Ähm, die Sportmedizin ist natürlich ein Bereich, den ich mir ja auch nochmal angucken möchte. auch die Woche Hospitation, die ich machen werde, wird nicht ausreichen als Entscheidungsgrundlage, zu sagen, ob man das machen möchte oder nicht. Aber man muss ja dafür vorher, man muss ja irgendeinen Facharzt vorgeschaltet haben. Vor dem Sportmediziner. Und da ist so eine Allgemeinmediziner auch gar nicht so verkehrt. Von daher, das ist so eine, ich sag mal, vielleicht eine Idee, die man irgendwo auch, oder die ich gerade auch so im Kopf habe, ob das hinterher am Ende so kommt, das weiß ich überhaupt nicht. Aber glaubst du, Allgemeinmedizin ist für Sportmedizin ein gut vorgeschalteter Facharzt? Also ich hab mir, ich hab ja mit ein paar Leuten da jetzt mittlerweile gesprochen und mit dem ich gesprochen hab, der ist ein Neurologe. Ja klar, es geht natürlich alles, logisch, das ist klar. Also er sagte mir eigentlich, es ist eigentlich ziemlich egal, so was du vorher machst. So ist, es ist eigentlich ziemlich wurscht. Du machst dann hinterher eh wirklich den Sportmediziner und bist dann entweder halt rein sportmedizinisch tätig oder kombinierst das mit deinem Facharzt halt irgendwie ein bisschen. Und das ist eigentlich, er sagte mir wirklich, das kannst du halt wirklich, kannst du auch Pädiater haben. Es gibt viele Pädiater auch, die auch Sportmediziner, Sportmediziner sind. Ja, das kann ich mir aber wieder vorstellen, weil die ja dann wahrscheinlich wieder die Kinderdinger machen, oder? Ja klar. Aber dafür hast du ja dann die Pädiatrie als Grundausbildung, weißt du. Es geht natürlich alles, das ist klar, logisch. Aber so vom, ich finde vom, vom Ersten, es geht ja immer, alles geht, nichts muss, aber so vom Gefühl her wäre für mich jetzt nur von, als jemand, der sich damit nicht beschäftigt hat, sehr sinnvoll, die Orto vorzupacken. Weil du halt diese ganzen Sachen halt. Ja, du hast aber, glaube ich, in der Sportmedizin auch sehr viel Leistungsdiagnostik, was dann eher für mich. Würde sich vielleicht zu innerer Alter vorzupacken. Okay, und dann das Allgemeinmedizin natürlich wieder gar nicht verkehrt hast. Du hast, ich sag mal, in der Allgemeinmedizin hast du so ein bisschen, ja, natürlich, du hast alles ein bisschen angerissen, aber so ein bisschen konservative Orthopädie hast du ja auch, in der Allgemeinmedizin. Ich sehe schon, was du meinst, du bist natürlich jetzt nicht der Spezialist in der Orto, du bist auch nicht der Spezialist in der Inneren, aber schon eher vielleicht in der Inneren, so dass du dich ganz gut auskennst. Aber, es geht in der Sportmedizin, habe ich auch immer dran gedacht, immer natürlich erstmal Knie, Kreuzbandriss untersuchen, aber ist auch, auch sehr viel Leistungsdiagnostik. Wäre das was für dich so, vom Interessengebiet Leistungsdiagnostik? Ich bin da offen, ich gucke einfach mal, was passiert. Also, der Neurologe sagte jetzt zu mir beispielsweise auch, er kann auch ein Knie untersuchen. Er ist zwar Neurologe, aber er kann auch, aber er untersucht auch Knie. Jetzt mal als Interesse, angenommen, es gäbe nur zwei Wege, über die Innere oder über die Ortho, zur Sportmedizin. Welcher wäre es denn dann? Boah, das ist schwierig, das würde ich nach dem Pjot entscheiden. Ich wollte gerade sagen, weil beides klingt jetzt für mich nicht erstmal so nach deinem Plan, ey. Ja, das ist jetzt nur so eine Spaßfrage. Also ich finde, die Ortho hat halt teilweise, also ja, ich mag diese, ich mag diese Sportverletzung. Das ist das ja. Also von mir aus Kreuzbandriss, was weiß ich, von mir aus Meniskusschäden, Knorpelschäden, was das alles ist. Das ist alles schön und gut. Aber es gibt halt so viele Sachen in der Ortho, die mich nicht so richtig interessieren. Oder vor allem, kann ich es mir gerade überhaupt nicht vorstellen, sechs Jahre im OP zu stehen. Und auch operieren, man muss ja seinen Katalog ja voll bekommen. Das heißt, man muss ja auch selbst operieren. Das kann ich mir gerade so überhaupt nicht vorstellen. Auf der anderen Seite kann ich es mir auch gar nicht vorstellen, Innere zu machen, sechs Jahre. Ich glaube, das würde mich, ich glaube, dann würde ich sogar wahrscheinlich eher Ortho erstmal versuchen. Ja, ich würde Ortho erstmal versuchen. Ui. Das Innere kann ich mir wirklich nicht. Das könnte ich glaube ich nicht. Ja, okay. Nicht für sechs Jahre. Ja, nee, okay. Einfach nur mal so aus. Aber vielleicht sage ich auch nach Erinnern, wenn ich das jetzt, weiß ich nicht, keine Ahnung, wo ich mein Pjot mache, angenommen, ich mache es mal, sagen wir mal von mir aus, wie machst du in der Cardio. Vielleicht ist es danach ja was ganz anderes. Das kann, eben genau, deswegen war es auch eher so eine Spaßfrage so von dem. Ja. Das wird sich schon am Ende alles fügen. Irgendwas wollte ich noch sagen, aber ich weiß es nicht mehr. Am Ende machen wir es wie Wichert und verkaufen wunderschöne Anatomie-Poster und geben euch einen 15% Rabatt-Link in der Videobeschreibung. Ach nee, Moment mal, den haben wir ja schon. Könnt ihr reingucken. Ja, abonniert uns bitte. Definitiv. Gebt uns vom Stern auf Spotify. Besser ist das. Besser ist das. Hast du noch einen weiteren Punkt? Weil ich glaube, sonst habe ich eigentlich meine Punkte alle soweit durch. Nö, ich habe noch einen Punkt, den ich in die Toilette pfeffern müsste. Ja, länger oder kürzer? Nee, in Kürzungen. In Kürzungen. Das ist gut, weil ich müsste länger. Oh. Und deswegen gehst du dann vielleicht zuerst, dann gehe ich danach und dann muss ich noch was essen und dann haben wir jetzt gleich noch ein kleines Seminarchen. Jo. Dann siehst du mal. Bis zum nächsten Mal und ich schließe den Podcast.